Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Asreiter. Wir sind hier in einem Fahrplan für 2023 und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, dass ihr gesund bleibt und dass ihr eure Wünsche alle in Erfüllung gehen könnt, die ihr euch da vornehmen werdet oder vorgenommen habt. Und ja, ich würde sagen, ich gucke mal dann zu, dass ich euch zeige, was ich so jetzt auf dem Kanal machen werde. So, fangen wir mit dem Montag an. Am Montag haben wir um 8 Uhr Oxygen Not Included, im Wechsel 14-tägig mit Shapes.io. Oxygen Not Included, das lassen wir auch drin, das gefällt mir ganz gut, das mache ich gerne, das ist auch ganz lustig, das Spiel, da hat man auch Motivation zu, das weiterzuspielen. Das liegt bei Shapes.io allerdings bei mir nicht so. Ich bin da jetzt so eine ganze Weile unterwegs und mir kommt es so vor, als ob sich das jetzt immer wiederholt, was man da machen muss. Man baut eine neue Figur, man kriegt zwar irgendwie ab zu einem anderen Teil, was sich ändert, dass ein Rotierer ist, der dann nicht mehr 90 Grad kann, sondern 180 Grad kann, aber das ist nicht mehr bei meinen Dingen momentan. Da würde ich ganz gerne zusehen, dass wir da was ändern. Also das fliegt definitiv raus und ja, da würde ich gerne einen Spiegel reinsetzen, welches allerdings noch nicht da ist. Das kommt erst noch für Linux vor allem, es ist schon da, es kommt für Linux und da muss ich mal gucken, dass ich das hinkriege, dass das läuft, entweder mit Proton oder aber ich warte ab, bis die Linux Version raus ist. Die soll da definitiv auch kommen, das wird definitiv dann montags da sein. Gut, dann gehen wir auf den Dienstag rüber. Dienstags haben wir Simotrans mit dem Comicpack, das läuft super gut, das gefällt mir. Wir mussten da zwar nochmal so ein bisschen schauen, dass wir da nicht bankrott gehen, glaube ich, aber das haben wir, glaube ich, gekriegt und die Kommentare, die da kommen, die sind auch ganz gut. Da müssen wir schauen, dass wir das weiter aufbauen, dass wir finanziell gut dastehen und dann das hinkriegen. Das mit der Eisenbahn ist zwar ein bisschen teuer, aber ich glaube, das läuft eigentlich. Nachmittags haben wir dann um 16 Uhr ja Asturnier. Das ist ein Spiel, wo ich ganz zufrieden bin mit. Das macht mir auch Spaß, das läuft auch. Ist so ein bisschen von den Einschaltquoten, sage ich mal, nicht so ganz so doller, wie alle Spiele eigentlich bei mir nicht so ganz so doller sind. Aber es gibt schon Sachen, wo ich dann Lust dran habe, das zu machen, auch für ein paar Zuschauer nur. Aber das kriegen wir hin, da würde ich auch gerne weiter dran machen, anderes Turnier. Das gefällt mir eigentlich. Da sind jetzt auch der Dean dazugekommen. Der Dean schreibt auch ganz viele Kommentare, das gefällt mir. Mordrak, der ist immer dabei und müssen wir mal gucken. Gut, das war der Dienstag. Dann kommen wir zum Mittwoch. Am Mittwoch läuft Arborion. Da ist der Thomas Steele ja immer mit im Boot. Er schreibt mir ganz viel, was ich da machen muss. Das finde ich auch gut. Allerdings sind wir da ja schon, ja, ich würde jetzt nicht sagen am Ende, aber wir sind ja schon im Kern. Wir müssen den Torsteher da irgendwie mal irgendwann kaputt machen und ich weiß nicht, wie weit es dann noch geht. Ich glaube, das ist das Endlevel oder der Endboss. Und da müssen wir gucken, dass wir es hinkriegen. Ich gehe von aus, dass das 2023 dann vielleicht beendet werden kann, Arborion. Dann müssen wir mal schauen, wie gut das so läuft. Donnerstag. Donnerstag haben wir momentan ja einen Vorgestellt am Laufen. Das ist Outpass First Journey. Da sind wir gut unterwegs. Wir werden da noch zwei, drei Folgen wahrscheinlich von haben. Das ist so ein Minecraft-like Spiel. Macht bis jetzt eigentlich Feds da reinzuschnuppern, aber das werde ich jetzt nicht irgendwie dauerhaft spielen. Aber es ist erstmal ein schönes Vorgestellt. Da ist dann der zweite Punkt, wenn kein Vorgestellt ist, läuft da ja Graveyard Keeper. Graveyard Keeper ist zwar schön, ich mache das super gerne, ich spiele das sehr gerne. Allerdings sind da nicht so die Aufrufzahlen da und da denke ich mal, das ist ein Spiel, was ich vom Kanal nehmen werde. Da werde ich mir überlegen, dass ich ein anderes Spiel nehme. Hab da auch schon die Idee. Muss gucken, ob ich das umsetzen kann. Aber lasst euch überraschen, was es ist. Es ist auf jeden Fall nicht wie Graveyard Keeper. Obwohl, es ist schon ein bisschen wie Graveyard Keeper. Mal bei einer 3D-Version. Dann würde ich sagen, gucken wir, was der Freitag bringt. So, da haben wir Freitag Simotrans immer laufen. Das German Pack ist da unterwegs. Das kommt ja alle 14 Tage. Und da bin ich ganz zufrieden. Da kommen auch immer Kommentare. Wie hieß sie denn jetzt? Die Melanie war das. Die Melanie schreibt mir da auch immer Kommentare. Sagt immer so, ja, Kritik und das ist alles so schwierig. Und klar, nein, das ist gut. Die Kritik, die hätte ich gerne. Und da können wir auch gucken. Ich habe jetzt auch wieder geguckt, dass ich noch ein paar Bahnlinien angeguckt habe, die vielleicht nicht lukrativ sind. Da muss man halt weiter. Das ist halt, wenn so ein Spiel über 370 Folgen hat, dann ist das schon ziemlich eingefahren. Und da muss man schon ein bisschen gucken, dass man da, wenn man da was ändert, alles richtig ändert. Weil da muss man auch nachdenken, was ist da hinter, was du damals hattest und sowas. Da ist das nicht so ganz so einfach, da was zu ändern. Aber da sind wir ja dran und das läuft auch noch positiv. Da haben wir noch eine positive Marge in dem Spiel. Das sollte auch so bleiben. So, im Wechsel ist da mit Voxelteiken unterwegs. Das ist definitiv am Laufen noch. Aber puh, das ist so ein Punkt, wo ich sage, da könnte passieren, dass wir 2023 da auch einen Wechsel haben. Also das wird nicht auf Dauer laufen. Ich möchte da sicherlich noch ein bisschen drinnen bleiben. Aber auf Dauer, das ganze Jahr, schätze ich mal, wird das das nicht überleben. Also da sind so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Ich kann mich noch senden, unten am Lok schuppen mit dem Bahnhof da. Vielleicht habe ich es zu eng gebaut, sicherlich. Aber diese Wegführung da und dann stehen sich die Züge im Weg und sowas, das ist schon ein bisschen schlecht gelaufen. Ich glaube, da gibt es Spiele, die da besser sind. Zum Beispiel Simultrans, ne? Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Freitag durch. Und dann haben wir noch den Samstag. Am Samstag läuft Transportfever. Und das ist so Transportfever 2. Und das ist so mein Favorit momentan, den ich super gerne spiele. Die Leute gucken da auch ein bisschen mehr wie bei den anderen Let's Plays. Und das macht mir richtig Spaß. Und dann wollen wir mal gucken, dass es da vorangeht, dass wir da was machen. Es ist eine Karte, die ein bisschen schwierig vielleicht zu bespielen ist auch. Und ich bin ja auch kurz vor dem Markrott da am Laufen. Aber momentan sieht es so aus, dass ich das in den Griff kriege und da weiterkomme. Und das ist ja nicht so einfach. Vielleicht habe ich mit dem Personenverkehr auch falsch angefangen und hätte schauen müssen, dass ich erst Güterverkehr mache. Aber da macht man vielleicht mehr mit Geld. Das weiß ich nicht. Aber es läuft. Das ist wichtig. So, und Sonntag. Sonntag ist frei. Der wird momentan auch frei bleiben. Und ich denke mal, das wird auch so sein, dass ich da in Zukunft nicht was machen wollte. Ich wollte sonntags eigentlich live gehen irgendwie. Das hatte ich ja damals schon mal gemacht mit, was hatten wir denn da? No Man's Skies war das. Das ist natürlich auch ein cooles Spiel. Vielleicht wird das aber ganz in weiter Ferne gesehen, dass da was passieren könnte. Das bin ich mir absolut nicht sicher, dass da was wird. Das Einzige, was mir da so reinzufällt, ist, dass ich vielleicht definitiv eine Pause im Sommer machen werde, wegen Urlaubszeit oder sowas. Genauso wie vielleicht Weihnachten oder so, dass ich da auch nicht jeden Tag was bringe, sondern mich da auch mal ein bisschen entspanne. Und diese Zeit nutze, um vielleicht wieder neue Energie zu sammeln, damit die Let's Plays dann auch besser werden. Das ist so mein Gedanke. Gut. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich euch noch erzählen könnte. Doch, ich könnte euch erzählen, dass ich vielleicht das letzte Jahr bis heute wahrscheinlich sind es 22 Abonnenten dazu bekommen habe. Das ist nicht viel, aber es ist eine Steigerung. Die Zahlen mit den Daumen hoch, die gefallen mir ganz gut. Das ist wichtig. Da gucke ich auch sehr nach, dass es euch gefällt. Und wenn da ein paar Daumen hoch sind, dann freut mich das sehr. Wäre super, wenn ihr das immer macht, weil wenn ihr das Video guckt, dass ihr die Daumen hoch gebt. Die geben mir so ein bisschen auch den Anreiz weiterzumachen, weil wenn da vier, fünf Daumen hoch sind nach zwei Tagen oder sowas, dann denke ich so, hast du wohl alles richtig gemacht. Die Leute haben Spaß dran gehabt an der Folge. Okay, das ist es dann erstmal gewesen. Ich würde sagen, wenn ihr noch nicht gemacht habt, dann liked den Kanal oder abonniert den Kanal. Und solche Sachen, alle das bitte machen, weil das bringt mich dann auch voran. Ich will zwar nicht jetzt hier Geld mitverdienen sozusagen, aber es ist doch ein schöner Anreiz, wenn man ein bisschen mehr Feedback kriegt, so in dieser Form. Und ja, ich habe mir mal die Zahlen so ein bisschen zum Jahresende angeguckt und habe gesehen, so na, die Abonnenten sind da, sind aber wahrscheinlich immer die gleichen. Und ja, muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.